hallo liebe leute herzlich willkommen zurück zu pass of exile hier im dunklen wald so weiter geht's ne ach so hier zur erinnerung wir wollen hier jetzt nein wir wollen erst hier die passage öffnen das heißt wir müssen so ich denke mal die straße weitergehen so hier ist was los einfach schön rein rein hier zack der skelette heimann mann so was match klasse jürgen ach so blödsinn naja was so ist weiter geht's weiter geht's nix haa was du kannst kann ich schon lange hoho mein erster tod ach denkwürdiges ereignis ihr könnt es feiern ich weiß gar nicht so eine scheiße aber auch fuck ach mal den ganzen weg dahin latschen ey so eine schwache jetzt ist der ebony aufgepasst zombies tot und schon war es vorbei ach ärgerlich hier so stürmt zu match klasse äh hat ich gerade meine maus aus dem aus dem auge verloren breitschwert hier naja was ist das das ganze weg wieder hinlatschen ey ach kommts ja die pullen wir jetzt bissl wenn er mit folgen kommt kommt er einfach mit ansonsten lasst mich in ruhe ach da wird der erwin aber staunen wenn ich wenn er sieht dass ich zum ersten mal gestorben bin er sieht dass auch ich männlich bin nein ja ich habe schon immer gefragt wie der todesbildschirm aussieht jetzt weiß ich es ich habe mich noch mal gestorben war das natürlich taktisch total unklug dann zu sterben wenn oder oder erst oder schon zu sterben noch bevor ich den äh den wegpunkt gefunden habe er ist bestimmt hier gibt es bestimmt wieder einen wegpunkt so so Okay. so hier geht es nicht weiter also beziehungsweise hier endet die straße jetzt müssen wir hier ein bisschen rum gucken und ich nehme noch ein zombie mit so mitkommen hugo wie sagt die erste aufgabe wird sein hier den wegpunkt zu finden also ich will das ja ja ich will das ja nicht behaupten dass es immer so ist oder so aber es fiel halt immer wirklich auf dass wirklich alle zwei level gab es in diesem spiel ein wegpunkt ja kleid mit zombies äh nicht zombies skelette waren nicht wirklich notwendig aber was soll es besser man hat als man hätte na ihr kennt das so 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 Mann, Mann. Die Viecher sind ja echt... Ah, warte mal. Moment. Ich hab doch hier diese Ruby-Ring. Zack. Gegen die werde ich wohl keine Költe-Resistenz brauchen, sondern eine Feuerresistenz, oder? Ja. Ich wusste, dass es gut war, dass ich die aufgehoben habe. Ah ja, hier geht's weiter. Zu viel Klappe. Regst du dich schon wieder auf, ey? Ah, der Wegpunkt. Ich hab'n... Können wir gleich mal verkaufen gehen. Bin ich tatsächlich gestorben, ey? Wie ärgerlich ist das denn? Hi. Ach, ich will ja nichts kaufen. Ich will verkaufen, Mensch. So, hier. Nein, nein. Nö. Ist doof. Nö, danke. Ach komm, hier. Weg. So, was mach' ich damit eigentlich? Naja, tschüss. Bye-bye. Und wieder her. Hä? Achso, okay. So, warte mal, hier unten lag noch was. Blaues. Oder? Ja, genau. Die Kappe. Jetzt gehen wir erstmal hier oben lang. Diese Viecher, ey, die sind übelst krass, muss ich sagen. Und dann… Äh, ne toll. Naja. Ja. So, voll im Infight hier. Okay, weh, 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 weh. Ich glaube, ich muss die besser einfrieren. Die Viecher. Toll. Na gut. Oh, ein Orb of Transmutation. Nimmt mal mit. Nimmt nie viel Platz weg. Kann man stapeln. Ups. Das wollte ich nie. Ich meine, die können ja einfach mitkommen, die Skelette. Ich habe wieder. Vad ist das? Ok. Jo Gehen wir jetzt lang? Gehen wir hier hoch Hier waren wir schon Hier waren wir schon Ja hier waren wir schon Jetzt können wir hier runter gehen Gehen wir hier hoch Gucken wir hier Gucken wir hier Hier irgendwas Hier noch was Nee, kommen wir nicht So Das ist mal irgendwie ein kleiner Leck Das kann übrigens sein Dass ich hier mal Lecks hab Ähm Weil ich nebenbei noch Videos hochlade Da das ja quasi ein Online-Rollenspiel ist No? Ah Ja So Vier Äh Bist du ja? Ist schon sehr gespenstig, oder? Was haltet ihr davon? Oh, hier geht's Zur Kammer des Webers Wahrscheinlich eine Spinnenkammer Da will ich eigentlich gar nicht hin Das merke ich mir Wir gehen jetzt weiter Ich will ja Muss ich mal gucken Ja Ja Ich will ja im Endeffekt Äh Erstmal die Straße freimachen Hopp Mensch Mach jetzt So Auf hier Okay Da geht's jetzt unten weiter Oh Oh, wie sie alle drauf haben So So Alle schön beinahmen Und immer hier durchziehen Ein bisschen Manna noch tanken Mensch, eigentlich bräuchte ich echt diesen Fluch Dass die sozusagen entzündbar werden Niedrigere Resistenz ist immer gut Niedrigere Resistenz ist immer gut Aufsteigen ist auch immer gut Also geht's hier los So Also kann ich Wollte ich gleich was gucken Und zwar Hier gibt's hier irgendwo Oh Mensch Hä Komisch Ähm Gibt's da irgendwas mit Spectre Einen Additional Spectre 15% Increased Damage 15% Increased Damage 15% 10% Ähm Increased Life Nochmal 10 Nochmal 10 Hm Also das wird man auf jeden Fall hier mal machen Also das wird man auf jeden Fall hier mal machen Hier geht's weiter, Sitter So So The Western Forest Äh Wir sehen uns einfach wieder bei der nächsten Aufnahme Ähm Hier im westlichen Wald Bis dahin Tschüss Bis dahin